Hi Ho und ich weiß immer noch nicht welches Datum oder welchen Wochentag oder wie auch immer, aber ich dachte mir, ja, ich habe euch jetzt zwei kleine Update-Videos gegeben, jetzt gebe ich euch noch das dritte. Das dritte ist das dritte und letzte Update-Video und es ist kein schönes Thema, um ehrlich zu sein. Also, ja. Also, Stand heute. Wir haben immer noch mein, also Daumen drücken. Es ist so, dass wir jetzt, wie gesagt, bezüglich Apple haben wir jetzt folgendes, wir sind jetzt beim Anwalt, wir haben jetzt den Anwalt genommen, weil die haben uns so rumschikaniert und alles und wir sind überhaupt nicht mehr weitergekommen. Und irgendwann hieß es dann von einem der Apple-Bearbeiter, ja, er bräuchte jetzt ein Attest, dass der Mac tatsächlich kaputt ist und wir sollten den Mac noch einschicken, aber die Firma, zu der wir es schicken sollten, hat uns gesagt, sie nimmt es nicht mehr. Und dann haben wir uns jetzt den Anwalt genommen, haben den Mac jetzt vor ein paar Tagen weggeschickt, also um es genau zu nehmen, vor zwei Wochen. Und seitdem haben wir von dem Gerät nichts mehr gehört und hören auch nichts von unserem Anwalt oder von Apple oder von irgendwas. Also, momentan wissen wir nicht, wie es weitergeht, aber ich habe zu meiner Mom gesagt, ich gehe davon aus, dass das Gerät wieder zurückkommt, weil die werden sich wahrscheinlich, die werden da, die haben dieselben Test-Tools alle und die werden da bestimmt nichts finden. Also, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt und wenn es da diesbezüglich auch wieder was Neues gibt, werde ich euch wieder ein Update-Video drehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das nächste Video ist dann schon das erste Video, voraussichtlich, glaube ich, im Juli. Der Juni hat 28 Tage, ne? Juni hat 30. Ah, naja, egal. Muss mich ja nicht interessieren. Ja, also, wir sehen uns. Bis bald. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.